Hausmittel gegen Akne Die Hausmittel gegen Akne verbessern in vielen Fällen den Zustand der Haut deutlich. In diesem Beitrag erfährst du mehr über Nahrungsmittel, die das Auftreten von Akne beeinflussen können, sowie über einige empfehlenswerte Naturheilmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Akne ist kein einfaches Problem. Es gibt viele Faktoren, die diese Hautkrankheit beeinflussen können, Infektionen, Kreislauf, Hormone, Psyche etc. Glücklicherweise gibt es natürliche Hausmittel gegen Akne, die du ausprobieren kannst, bevor du eine medizinische Behandlung anwendest. Die Hausmittel gegen Akne verbessern in vielen Fällen den Zustand der Haut deutlich. In diesem Beitrag erfährst du mehr über Nahrungsmittel, die das Auftreten von Akne beeinflussen können, sowie über einige empfehlenswerte Naturheilmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Vorteilhafte und schädliche Nahrungsmittel Die Ernährung kann eine Akne verursachen oder beeinflussen. Deshalb solltest du versuchen schädliche Nahrungsmittel zu vermeiden und stattdessen einige vorteilhafte Lebensmittel in ihren Ernährungsplan einzubauen. Schädliche Nahrungsmittel Milch und Milchprodukte Wurstfettiger Käse Transfette Margarine Industrielles Gebäck etc. Raffinierte Lebensmittel Vorteilhafte Lebensmittel Frisches Gemüse Salate und Säfte Sellerie Zwiebel Möhren etc. Bierhefe Weizenkeime Avocado Fairtrade Olivenöl Leinsamenöl Ein sehr wichtiger Punkt ist auch, genügend Wasser über den Tag verteilt zu trinken, auch zwischen den Mahlzeiten, um unseren Körper zu reinigen und auf diese Weise Giftstoffe auszuscheiden. So kann die Entstehung von Akne-Z-Tee vermieden werden. Ein weiteres Hausmittel gegen Akne ist täglich Löwenzahn- und Klettentee zu trinken. Diese zwei Kräuter verbessern die Leber- und Nierenfunktion und erhalten somit eine klare Haut. Empfehlenswert ist die Einnahme von zwei bis drei Tassen pro Tag. Wenn du den Tee süßen möchtest, kannst du dies gerne mit ein wenig Stevia tun. Nahrungsergänzungsmittel Zusätzlich zu Bierhefe und Weizenkeimen, beide sehr empfehlenswert, empfehlen wir auch folgende Nahrungsergänzungsmittel. Meerwasser Meerwasser ist in vielen Reformhäusern und sogar in manchen Supermärkten zu finden und gibt unserem Körper alle nötigen Mineralien. Zu empfehlen ist anfangs die Einnahme von einem Esslöffel Meerwasser täglich. Schrittweise kann man die Dosis auf 50 Milliliter erhöhen. Meerwasser sollte man immer gemischt mit natürlichem Wasser zu sich nehmen im Verhältnis 1 bis 2. Ein angenehmer Nebeneffekt ist mehr Wohlbefinden und Energie. Bromelain Diese Komponente der Ananas wirkt sehr entzündungshemmend. Wir können diesen Wirkstoff in Tablettenform zu uns nehmen, um bei Akne Entzündungen natürlich zu reduzieren. Hausmittel gegen Akne Wir können unsere eigene medizinische Feuchtigkeitscreme aus folgenden Zutaten zu Hause herstellen. Ätherisches Teebaumöl, hat antiseptische und antifungizide Eigenschaften. Jojobaöl Ein Öl, das wenig fettet. Ätherisches Kamillenöl, hat eine entzündungshemmende Wirkung. Ätherisches Palmarosaöl, wirkt antiseptisch, antibakteriell, adstringierend, heilt und regt die Durchblutung an. Mische 50 ml Jojobaöl mit je 5 Tropfen der erwähnten ätherischen Öle und rühre alles gut um. Wende es täglich morgens und abends an. Wenn die Konsistenz zu ölig für deinen Hauttyp ist, kannst du gerne ein wenig Aloe Vera Gel hinzufügen. Um eine einfache Akne-Lotion herzustellen, mische zwei Handvoll Rosmarin mit einer Tasse Alkohol und einer halben Tasse Wasser. Alle Zutaten werden in einem Glasgefäß vermischt und eine Woche gut verschlossen aufbewahrt. Danach wird das Gemisch gefiltert und du erhältst eine tolle Lotion, die du abends auftragen kannst. Diese Lotion kann mit dem Öl kombiniert werden, indem du es zunächst zur Reinigung und Erfrischung der Haut anwendest. Akne ist bei Frauen, hormonell, bedingt. All jene Frauen, die durch Hormonschwankungen unter Akne leiden, empfehlen wir eine dreimonatige Behandlung mit Mönchspfeffer, eine medizinische Pflanze, die hormonelle Zyklen reguliert. Sie ist in Kapseln und Tabletten erhältlich. Dieses Mittel ist sehr effektiv für Frauen, bei denen die Akne in den Wechseljahren auftritt. Neben dem Mönchspfeffer kann auch Maka, eine Andenknolle, sehr hilfreich sein. Maka wirkt sehr antioxidativ, erhöht das Libido und gibt mehr Energie. Auf den Darm achten In unserer Haut spiegelt sich auch das Wohlbefinden des Darms wieder. All die Giftstoffe, die sich im Darm ansammeln, gehen direkt in den Blutkreislauf über, und dort versucht der Körper sie über die Haut auszusondern. Zur Reinigung des Darms können wir neben einer ausgewogenen Ernährung ein altes Heilmittel verwenden, natürliche Warmwassereinläufe. Eine weitere Option sind Bauchwickel aus rotem Ton. Mische roten Ton mit Wasser, bis sich eine Masse bildet, die nicht zu flüssig ist. Diese wird dann vorsichtig auf dem Bauch aufgetragen und mit einem Tuch oder Handtuch umwickelt. Das Tuch sollte lang genug sein, um den Bauch und den unteren Teil des Rückens abzudecken. Die Fotos wurde uns von NetEffect Y-Cyclon Bill freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das Tuch sollte lang genug sein, um den Bauch und 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 Bis zum nächsten Mal.